Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Komm, Lernus, Ihr Schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julian, vielleicht können Sie Stiefs und Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist der eine in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Dieser Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat den Zweifelsfall erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Ja, aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da können wir ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du Witze? Wer hängt denn freiwillig um 9 Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Komm, Baby. Ja, das ist mein Junge. Wenn wir unsere Firma verbraten und das Software verkaufen, können wir schnell bekommen, können wir uns für die Software zu 3 bis 5 Millionen Euro bekommen. Gut Junge, Romeo. Gut Junge. Entschuldigung, der Platz ist besetzt. Kann sein. Kann auch sein, als wir uns kennen, oder? Woher? Jetzt bin ich enttäuscht. Sind Sie bitte so freundlich und sagen mir, was Sie wollen? Max Jascheck. Frankfurt 99? Juli 99. University Hole. Warum, ich weiß nicht, wir kommen zurück. Das würde. Abonniert mich. Zu geführe. Während du doch etwas, ichoder war sehr. Ich wollte sagen mir, oder? Ich würde mich sagen. Zurück zur standby. Ja, Lotus-In fall einfach vor dervasse Klingst. Ich bin. Duden nivel 3 Cuando mal so seria. Untertitelung des ZDF für funk, 2017